Servus Leute, wir sind zurück in Horizon, Forbidden West. Wir können Elo jetzt auf ihrer Reise in den Verbotenen Westen begleiten, aber erstmal müssen wir nach Kettenkarts, oder wie das hieß. Oh, man kann sehr hoch springen. Das sollten wir uns merken. Um nach Kettenkarts zu kommen, müssen wir tatsächlich nie in eine Richtung. Super. Stürmerareal haben wir hier unten und auch nochmal was Unbekanntes. Ich würde aber eigentlich gerne der Story folgen. Deswegen begeben wir uns nach Kettenkarts. So. Genau. Irgendwie konnte man doch noch so... Man konnte natürlich nichts entfernen. Das heißt, einfach durchlaufen. Mal Stein untersuchen. Ah ne, Stein aufheben. Ja gut, das ist natürlich was ganz anderes. Was ist denn hier? Ja. Scheiß mal drauf. Oh. Sie hat keine Gefahr für mich. Ich habe Elven Ring die letzte Zeit gespielt. Scheiße. Was war das denn? Ja komm. Ja. Wow. Ich wollte doch mal wieder Gynäkologen spüren. Hallo? Ähm. Okay ey, der kann ja anscheinend nichts mehr angreifen. Ja komm ey, der schaffst du es wohl. Das ist doch bloß ein kleiner Gräber. Easy. Musst du bloß 5 Moment verwenden. Kein Ding von King. Ähm. Was war denn... Was war denn... Datenpunkt? Wo ist denn die Information da? Schriftrolle. Eine Schriftrolle mit Fettflecken und hastig gekritzelten Glyphen. Ähm. Diese Sonnenkriecher und ihr verdammte Diplomatie. Reden wir nicht um den heißen Schmiede herum. Das ist nur ein hübscher Kaja-Wort, das den Tenakt bloß nicht auf die Zehen treten bedeutet. Was sie auch nicht tun sollten. Sie haben allen Grund, diese Rohlinge zu fürchten. Aber ich gehöre nicht zu den Kaja. Ich habe nicht immer wieder versucht, den Westen zu erobern, nur weil wir danach waren. Ich kann mit diesen Gesandtschaften nichts anfangen. Und so ein hübsches Wort für... Wir schenken die weiße Fahne. Äh. Wir schenken die weiße Fahne. Bitte tötet uns nicht. Ach ja. Die Franzosen damals... Ich schweif vom Thema ab. Netzte sich auch auf dieser Seite der Mauer fest. Weil die Kaja es einfach nicht lassen konnten. Ja klar. Es sind andere Zeiten. Sonnenkönig Erwart glaubt an den friedlichen Dialog. Ja. Schön für ihn. Aber einfache Stöberer, Händler und Bastler wie ich sitzen hier rum und drehen Däumchen, bis die Priester und Marschelle ihr kleines Kaffeekränzchen beendet haben. Oder was immer die da machen. Ganz zu schweigen von unseren Brüdern und Schwestern, die auf der anderen Seite der Mauer... Na? Ähm. Wie sollen sie Hilfe und Vorräte bekommen, wenn das Tor geschlossen ist? Wie lange müssen wir hier noch herumhocken? Angeblich warten sie noch auf unsere Sonnenpriester. Aber waren diese Schwachköpfe nicht eigentlich die Wurzel ein Übers? Die haben den verrückten Sonnenkönig doch erst angestachelt, den Westen anzugreifen. Das hier aufzuschreiben, sollte mich eigentlich beruhigen. Aber jetzt habe ich nur noch mehr Druck auf den Belgen. Je länger das Tor geschlossen bleibt, desto mehr Scherben verliere ich. Mir reicht's. Ich gehe nach Fahrlicht. Ich muss an irgendwem Dampf ablassen. Vielleicht bringt das ja was. Aha. Der ist nach Fahrlicht gegangen, wo jemanden einfach in die Fresse zauern will, weil er sich nicht gut fühlt. Was ein armer Kauz. Da ist doch noch was. Ja, du hast was. Ein paar Scherben können wir dem Typen ja noch geben. Wenn wir nett sind. Was ich eigentlich nicht machen möchte. Uh, das ist ein... Ja, Kettenkratz. Äh, Kratz. Das müsste ja bekannt sein. Da hinten können wir das dann auch sehen. Warum ist hier alles vergiftet? Muss ein Dornrücken sein. Vielleicht hat Ehren sie erlegt. Aha. Man kriegt Schaden. Das sollten wir uns notieren. Säure macht Aua. Ja, äh... Vielleicht kriegen wir... Ja, das bin ich. Ja, ja. Ich möchte... Ich würde gerne rein. Macht das Tor auf. Für die Retterin. Drei, vier, bitte mal. Ich rede mit den Osseramen. Aber ich komme den Kettenkratzretterin. Macht auf, Jungs. Der fehlt von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Petra? Petra? Äh, Loi. Was machst du denn hier? Ähm... Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Äh... Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstoff... Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Hast du an ihm gehört? Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Äh, Peter, Peter. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Ah. Natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Ja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber, wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Erstmal würde ich gerne ein kaltes Bier trinken. Das wäre doch jetzt was für die Retterin. Bitte. Echt? Kannst du das auch mal im Beispiel aufnehmen? Schade. Äh. Wenn man dann den Bogen verbessern und die Werkbank benutzen. So, ja. Äh. Waffen Upgrade. Ich würde gerne den Jägerbogen upgraden. Äh. Wird braucht man dafür? 50 Metallschirmen und einen geflochtenen Draht. Upgrade. Upgrade, Leute. Upgrade. Gut. Säure Jägerfelder. Neues Waffenattribut. Oh. Zweiten können wir auch noch upgraden. Jawohl. Waffenstatistik verbessert. Geil. Der Dritte geht dann leider nicht wieder. Äh. Wie sieht's mit der Schleuder aus? Ja. Da fehlt uns jetzt leider der Draht. Hm. Outfit Upgrade. Nora Gesalbte. Immer her damit. Immer schön aufbessern. Geht auch der Nahkampf hoch. Das sieht man auch gerne. Äh. Fallen. Ehto. Ja. Oh. Jetzt habe ich eine Falle hergestellt. Ja. Da steht auch vielleicht Fallenherstellung. Belastend. So. Äh. Eine Munition zu Säureschaden verursacht. Ist jetzt in der Inventar verhügbar. Scan der Gegner einen Fokus um herauszufinden ob es die Säure anfällig sind. Gegner mit Säure zu treffen baut ihren, äh. hat korrodiert Zustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, äh, nimmt die Rüstung des Gegners Schaden über Zeit und der Widerstand von Schaden ist verringert. Säurekanister mit Säurefallen, um sie sprengen und eine große Explosion auszulösen. Oha. Das könnte hilfreich sein. Herr Kund, wie geht's denn dir? Er laden Sie zu aus. Yep. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Er war eigentlich gerade dran. Ist das denn scheiß Ernst? Hm. Oho. Das ist ein Vorrat. Es kann in jeder Siedlung, aber auch an vielen anderen Orten in der Welt gefunden werden. Wenn du Objekte aufsammelst, die du nicht mehr tragen kannst, werden sie stattdessen in den Vorrat geschickt. Und oder aus kannst du, äh, Objekte individuell zurückholen und eine Ressourcen aufladen, indem du Viereck gedrückt hältst. Äh, durch das Verbesserung deiner Beutel und einer Werkbank kannst du die Trägerkapazität erhöhen. Haben wir schon irgendwas da drin? Ja. Mal was anderes als irgendwie Rohstoffe. Ein Outfit. Ähm. Nora für mich, ne Speer. 100% Schaden. Ja, ähm. Fragezeichen. Ganz groß. Besser oder nicht besser? Ich nehm' die mal mit. Nora für mich, ne Speer. Nehm'. Okay, dann gucken wir mal ins Inventar. Ja, geil. Wer sieht denn jetzt am besten aus? Äh, ganz ehrlich. Für mich, ne Speer kann ich nicht mal. Äh, Waffen. Du Speer, du kannst wieder weg. Na, man sieht viel besser aus als du. Guten Tag, ich hätte gerne, äh, Rüstung, wenn sie aufhaben. Tut mir leid, sie haben kein Gras in der Hand. Weg. Jaja. Hallo, ich möchte, ich möchte mit ihnen handeln. Hallo, ich möchte gerne mit ihnen handeln. Geht das nicht? Nein? Okay. Hm. Was sind denn die grünen Ausrufezeichen? Ah, das ist Sidequests wahrscheinlich, ne? Nehmen wir nochmal ein paar Sidequests an. Ja? Du hast mich gerade angesprochen, also. Guten Tag. Du hast gerade mit mir geredet. Geht kein Scheiß. Die Wahrnehmung ist, äh, trübt. Guten Tag. Arnulf. Ne, du nicht. Das ist Arnulf. Guten Tag. Das ist passiert. Was ist passiert? Untertitelung des ZDF, 2020